1,2,3... Wuhuu! Frohe Weihnachten aus Tschengu! Dieses Jahr wollen wir leider keinen Schnee haben, aber dafür haben wir Pandas! Du bist mein allerliebster Lieblings-Kusser, wir sehen uns bald! Alles hi! Das war's! Ich habe mich auf den Kopf gescheuert. Das ist so schön. Ich habe mich auf den Kopf gescheuert. Ich habe mich auf den Kopf gescheuert. Der Elefant gekommen! Tore! Oh shit! Alter! Und der letzte Elefant hat es auch geschafft. Yay! Was wollt ihr am coolsten heute? Erstmal Jana. Das Video das wir gedreht haben. Ich meine, come on. Frohe Weihnachten! Und dann sagst du was? Wir sind gerade bei den Pandas. Und dann scheine ich einfach ganz schöne Panda-Videos. Oh Mann! Okay, mach Schirrisch dein Papier. Und was sollen wir das machen? Okay, bin dabei. Ah doch, für Leo, für Leo mache ich das. Ja, ja, ja. Aber ich muss sagen, die Pandas waren auch ziemlich cool, die Roten. Die waren auch ganz so cool. Die Babys, die Babys! Richtige Antwort. Was findest du am besten? Die rollenden Pandas. Ja, die Babys und die, die gecatcht haben. Oh my god. Weiter gehts! Ja, die zwei Ringer. Sag ich auch. Genau dasselbe. Und die Babys. Ich bin so froh, dass wir noch zu den Babys gelaufen sind. Regina, wenn du alt bist und dich daran erinnerst, ich bin stolz auf dich, dass du einfach den ganzen Weg gelaufen bist. Obwohl, jeder dich fertig machen muss. Niemand hat dich fertig gemacht. Außer Niki. Nein! Niki, was gerade passiert? Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Hahahaha. Untertitelung des ZDF, 2020